Was seh ich hier? Ich bin gleich, wie mich der Spieler fängt. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Wieso tue ich mir das an, Mann, hey, warum, warum tue ich... Ja, was ein Torwart, Junge. Nein, 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 davon müssen wir gleich einfach mal eine kleine Compilation machen. Was ich in dem Spiel für Tore schieße, Digga, ich würde mir so verarscht vorkommen. Direkter Abnahme, oh mein, F an den Gegner, ähm, oh, alter, lol, Junge, was ist denn das hier, äh, ja, okay. Das ist der Beste. Coach und ich Legende, Coach und immer Legende. Digga, was... Und das ist die realistische Fußball-Simulation der Welt, Jungs. Guckt euch das an! Ähm, er mit Ronaldo 1-0 und dann kommt ich und drehe das Spiel. Und dann hat der Gegner den Controller zur Seite gelegt und gesagt, ich spiele ihn mal weiter. Dann habe ich halt noch ein Tor nachgelegt, das hat es mit Lutra-Greno, dass es einfach viel einsteht, dass ich einfach so ein besuchter sichere Seite bin. Habe dann selber die Kontrolle zur Seite gelegt, einfach nur verkehrt rum auf den Tisch, dass die Sticks so ein bisschen Druck abbekommen. Das Spiel ist vorbei, auf einmal ist noch ein Tor mehr gefallen. Und da ist das Tor! Ey, warte mal, wir ziehen jetzt, wir ziehen jetzt Rullet, okay? Used äh... Äh... Moin die Oh! LOL habt ihr gerade gesehen wie sich Neymar teleportiert hat? Ehhh... Meinung zum Spiel? Werder gegen Bremen? Was war im Player Pick drin? Bei mir hat das Volk gebackt, Bro. Und ich hatte einfach Totti drin. Obwohl der noch gar keine Icon hat. Der kam einfach raus. Oh! Oh! Go! Kriiiiit! Wamschkriis! Das ist mir egal! Weil es von Aldous... Die... Die freut sich, weil es... Weil hier... Die freut sich im März. Das ist mir egal! Ich mach einfach so. Ich bewege nicht weißt du? Und er geht rein weißt du? Hahahaha! Nein! Spiel ihn doch auf... Loll? Hahahaha! Hätte er ihn auf Käse gespielt wäre alles super, Digga! Aber was war das denn schon wieder von Fandasa? Oh mein Gott! Das mach ich! Lol! Ja, okay, aber... Ah, fuck, Digga! Wann mach ich sowas? Käuf! Er schießt dich? Was ist das denn? Man! Ah! Das war's für heute.